Die Messe ist gelesen, die Messe ist gelesen. Ich bin dritter, ich bin dritter, obwohl ich das nicht... Ich bin dritter! Oh mein Gott, das Ding ist durch. Die Jungs sind gebrochen. Das Ding ist durch. Ich will nicht, ich will nicht sagen. Die sind durchgebrochen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Boys, ey, Jungs, und dafür liebe ich uns. Weil ich sag, ich kann die Strecke nicht. Von vier Ecken, chill, chill, chill. Ich werd dritter. Wie viele Punkte haben wir Abstand? Jetzt schon viele und noch 32 drauf. Also, ich glaube, wir müssen... Jungs, das wird auf jeden Fall seine Switch ausgemacht. Ja, okay, haben wir gewonnen. Let's go! Ja, okay, das war's. Und Elias... Das schmeckt so, Digga. Elias, ich will, dass du mir jetzt gut zuhörst, Elias. Ich will, dass du meine 1.000 Euro in deine Tasche steckst, für die Einladung und in den Urlaub gehst. Im Sommer. Du gibst außerdem... Doch, Elias. Nein, nein, nein. Ich will, dass du meine 1.000 Euro nimmst und in den Urlaub gehst. Nein, nein, nein. Ich will, dass du meine 1.000 Euro nimmst und in den Urlaub gehst. Du schickst mir eine Rechnung. Ich schickst dir gar nichts, Elias. Du gehst dir in den Urlaub. Richtig schön. Ich will, dass du die 2.000 Euro nimmst. Und jeden Abend, ich will, dass du essen gehst. Jeden Abend mit deiner Dame. Jeden Abend. Doch, doch, doch. Mit Serviette wird über deinen Schoß gelegt. Sogar zum Restaurant. Nein, nein, nein. Du hast Besteck rechts, links und so viel, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst. Komm, wir haben keine Ahnung davon. Wir haben keine Ahnung davon. Zwei Tage später hast du das Geld drauf. Einfach eine Rechnung schreiben. Nein, nein, nein. Einfach eine Rechnung schreiben. Ich werde dir nicht schreiben. Du wirst sehen. Ich werde dir keine Rechnung schreiben. Okay, wir gehen mal rüber. Wir gehen mal rüber. Mal gucken, wie gebrochen die sind. Wir gehen mal rüber. GG, Jungs. GG, Jungs. GG, Männer. Was für ein Team-Spirit wir hatten. Wir waren unbrechbar heute. Wir waren unbrechbar heute. Wir waren wirklich unbrechbar heute. Wir waren wirklich unbrechbar heute. Aber es waren wir unbrechbar. Egal, ich bin ehrlich, Jungs. Als 5-7 stand, war ich gebrochen. Als 5-7? Äh, 5-7. Ich hab noch nie probiert, so zu motivieren, der. Ich weiß nicht meinen Job. Ich hab in meinem Tisch, durch den Stream, durch den Elegele Cup heute, hab ich vier neue Löcher reingebommen. Das ist so. Dein Singer. Der Kontroll. Medi, wie lief dein Turnier? Achso. Der Monte geht jetzt erst mal wieder 12 Stunden lang Starshopping. Ey, Willi. Wenn er aber nicht Spaß hatte, dann kann man nicht verlieren. Ja, Sascha jetzt nicht. Sascha jetzt nicht. Sascha, Sascha. Willi. Guck mal, das Ding ist, es war so ein schöner Abend. Es hat so Spaß gemacht. Egal, ob man vorne oder hinten lag. Aber ich sag, wie es ist. Dieser ganze Spaß ist jetzt einfach für mich grad weg. Was sag ich mir so, ich bin so, ich bin so, ich bin einfach, ich bin nicht mal sauer, ich bin traurig. Ich bin wirklich vorm Weinen. Wenn ich jetzt einen Zonger mache und draußen regne es, ich weine einfach. Nedi, du hast einmal drei Stunden gezockt für nichts. Wenn man Spaß hatte, dann kann man nicht verlieren. Doch, für Spaß. Leute, ich hab's dir. Ich hab's dir. Weißt du, was ich will? Dass es eines Tages Zwitschümerboxen gibt. Ich geh mit dir in den Ring, Digga. Und du gehst raus. Ich kann's nicht uns zu ihm sagen. Auf diesen Tag warte ich, bis es immer mal so ein Zwitschümerboxen gibt. Und dann kenne ich fünf von euch eins. Kenne ich nur fünf. Ne, guck mal. Das ist sympathisch. Das ist sympathisch. Solange du Spaß hattest heute Abend. Dann hat man nicht verdorben. Das war geil. Hat's nicht verdorben. Also, hier sind ein paar Leute... Ja, das war schon sehr, sehr geil. Das hat schon mal gemacht. Hier sind ein paar Leute... Warum wird's ja im Endeffekt? Sie sind... Einfach ein geiles Event für alle. Ein Smalls hitter, ehrlich. Ja, jetzt... Amar, Dankeschön für deinen Host, mein Freund. Amar, Krus geht raus für deinen Host. Vorhin, ich hab euch gesagt, ihr wisst nicht, wie es hier in der Gruppe um die Ehre geht. Ach so? Also, in der Gruppe, da wurde zwei oder anderthalb Tage lang so geschossen. Und hier sind Leute wirklich gebrochen. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, da wurden Töne gespuckt. Und Danny und Co. werden die jetzt so krass die Pagetschen gerade an. Ist in Ordnung. Boah, bei uns im Spirit, so wie unser Team gekämpft hat, auf jeden Fall. Amar war auch richtig gut, Jungs. Safe. Ey, da kannst du mal deine Fresse halten. Ich wollte sagen, du siehst, Jungs. Ey, Eli, vielen, vielen Dank fürs Organisieren, Digga. Gräts an euch. War eine sehr, sehr...